Hallo zur dritten Folge des Microservices Tutorial. Diese Folge, die dient nur dazu zu zeigen, dass eine Event-Sourcing-Lösung auf Kafka mit Datenbanken oder einfach mit Caches im Hauptspeicher schnell genug ist. Wenn ihr euch die Frage nicht stellt, wenn ihr die Performance von Kafka kennt, dann skippt einfach diese Folge. Ansonsten, wenn ihr Fragen zur Performance habt, schaut sie euch an. Ihr fragt euch vielleicht, wenn dieser Microservice oder jeder Microservice nochmal alle Nachrichten vom Bus lesen muss, dauert das dann nicht ziemlich lange. Wir schauen uns das mal an einem Beispiel an. Dazu habe ich jetzt einfach mal das Artikel Topic gefüllt mit einer Million Nachrichten und am Ende kommt eine Nachricht, die einfach als Inhalt und als Key-Ende enthält, damit wir wissen, wenn diese Million jetzt eingelesen wurde, und bei der Kasse beim Auslesen gibt es jetzt hier einfach einen Code, der überprüft, ob dieses Ende jetzt kommt, ob wir diese Million Nachrichten eingelesen haben und es wird die Zeit berechnet, wie lange das gedauert hat. Ich probiere es mal aus. Also in der Queue sind eine Million Nachrichten, die letzte oder eine Million und eins und die letzte Nachricht, die enthält einfach ein Ende. Ja, der Microservice ist am Starten, was jetzt aber ein bisschen Zeit kostet. Das ist einfach nur Spring, Spring Boot. Ja, die Anwendung ist da. Wir sind verbunden mit dem Atopic und hier kommt auch schon eine Meldung. Also eine Million Nachrichten hat er jetzt in knappen 10 Sekunden eingelesen. Das geht ganz gut mit einer Hashtable. Wenn die Werte noch größer werden, dann passt die Hashtable nicht so ganz. Dann können wir uns beispielsweise nach einer Cache-Implementierung wie EH-Cache umsehen und können die verwenden und dann natürlich noch wesentlich mehr Elemente in Hauptspeicher laden. Es ist auch so, dass natürlich nicht alles abgespeichert werden muss. Wir können überschreiten, wenn es gleiche Werte gibt und wir können die Werte ignorieren oder die Objekte, die wir nicht brauchen für den Microservice. Also es gehen da auch nicht immer alle drüber. Und es gibt natürlich noch die Optimierungen beim Kafka Log Compaction und Log Retention. Ich blende euch hier mal eine Adresse ein oder einen Link zu meinem Video über Log Retention und Compaction. Und mit diesen Mechanismen kann man auch dafür sorgen, dass nicht zu viele Nachrichten auf dem Bus sind. Aber probiert es mal aus. Für die meisten Nachrichten dürfte es überhaupt kein Problem sein, die jedes Mal immer wieder einzulesen.